Hallo, hier ist Martin von MoneyMonkeys. Das ist die DAX-Analyse für den Montag, den 24. Juni 2024. Unser DAX hat sich zum Freitag schön abgezappelt und ein bisschen Tänzchen geliefert. Eigentlich so, wie das erwartet wurde. Wir haben über den Verfallstag gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass er eigentlich relativ gut dasteht. Wir haben darüber gesprochen, dass die 2.30, 2.60 jetzt hier oben wichtig ist und er sich dort bestimmt noch mal abzappeln kann, auch gut und gerne noch mal auf die 100 zurück reagieren kann und dass das dann schön wäre, wenn er bei 2.60 den Freitag vielleicht abschließt, um dann eben noch die Erholung weiter aufrecht zu halten. Betrachten wir das so, haben wir eigentlich alles gesehen, was aus dem Szenario, ich sag mal in Anführungsstrichen aus dem Szenario Erholung gesprochen war. Wir haben ja auch gesprochen, was müsste er machen, um eben da ein bisschen rauszuwandern. Haben gesagt, dann müssen wir die 18.80 oder die 18.60 wieder drunter, um da irgendwie was abzubrechen. Das hat aber nicht getan, sondern er hat oben den nächsten Bereich angelaufen, 2.30, 2.60, hat sich dort abgezappelt, genauso wie wir es haben wollten. Ist jetzt allerdings halt nicht so hoch rausgegangen, wie das jetzt erwartet wurde. Dennoch ist eine grüne Wochenkerze geworden, wenn auch deutlich träger als die Vorwoche davor, wo eine schöne fette roten Kerze drin stand. Ich muss aber sagen, solange der DAX jetzt erst mal das macht, was hier an der Erholungsfortsetzung wichtig ist, belassen wir das her und ziehen das jetzt einfach weiter. Und wenn er jetzt die 2.60 eben zum Freitagabend nicht geschafft hat, vielleicht schafft er es jetzt dann eben zum Montag mal drüber zu gucken und in den nächsten Moment, in den nächsten Dings reinzustoßen, in die nächste Ziel reinzustoßen. Das wäre dann tatsächlich im Bereich um 3.30, 3.36, meiner Meinung nach auch zum Montag erreichbar. Alles, was er dafür liefern muss, ist eigentlich sich über 1.800, 2.100 hinzustellen und nach oben zu treiben. Und dann wird für mich ein bisschen wichtig, wie der weitere Verlauf dann aussieht. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass er am Anfang hoch drückt. Dann möchte ich aber auch sehen, dass er weitere Tageshochs stellt, auch nach 1.30 noch. Kriegt er das hin? Wäre auch über der 3.35 und eine 4.20 zum Beispiel mal machbar, bis hin zur Grünlinie hier. Das haben wir ja auch am Freitag, Donnerstag schon mal angesprochen. Das ist nicht, das ist auch nicht vom Tisch, weil er unten auch nichts bedient. Und solange er unten nichts bedient, kann er erstmal sein Gezappel hier fortführen. Das wäre sozusagen erlaubt. Unten würde ich aber dennoch die Kante weiterhin bestehen lassen und einfach sagen, okay, bei 1.80, 1.60, wenn er da drunter kommt, gucken wir ein bisschen genauer hin, weil das sieht schon penetrant, krass nach einer bärischen Flagge aus. Also da muss man auch kein Chart-Experte sein. Da reicht es, wenn man irgendwelche Anfänger-Trading-Tagebücher, ne, starke Bücher-Trading, technische Trading-Bücher gelesen hat. Da wird sowas eigentlich, das ist das Standardverfahren, ja, scharfe Abwärtswelle, flache Korrektur zur Seite, starke Wellenschnitte, starkes Hin- und Her-Korrektives bewegen, so nennt ich es immer in dem Punkt. Und wenn das sich jetzt umdrehen sollte in Dynamik nach unten, dann orientiert sich der Markt eben oft an der vorherigen Welle und die ist nun mal sehr präsent und sehr markant. Und wenn der Markt es annimmt und die Welle versucht nach unten zu replizieren, könnt ihr euch alle ausrechnen, wo das hingeht. Ja, dann würde man nämlich die Strecke von dem Hoch nach unten projizieren und das wäre dann das Bewegungsziel. Und deswegen würde ich weiterhin unter 1.80, 1.80, 1.60, 1.60 genau hinschauen, wie der Markt sich aufbaut. Wird es in eine Bärenfalle, dann wird man das sehen. Dann wird der gleich bei 1.80, 1.60, sobald der mal kurz runtergeflunzt hat, direkt eine grüne Stundenkatze dahinter nageln und dann schnurstracks an über die 2.60 wieder drüber klettern. Ja, dann ist es eine klarer Bärenfalle und der kriegt seine Chance hoch in die 4.20. Wenn er aber unter 1.80 dann bleibt und sich dort eher einen Druck nach unten aufbaut, tiefere Tiefs, tiefere Hochs macht, dann ist das ein Grund, da eher vielleicht einen Short zu suchen, weil das Risiko eben dann im Markt liegt, dass der Markt diese Welle nochmal nach unten projiziert. Und umso länger das jetzt zur Seite geht, umso attraktiver wird natürlich eine solche Strecke für die Verkäufer, dass sie das einfach nochmal probieren. Heißt nicht, dass das klappt, aber das Risiko ist im Chart und als charttechnischer Analyst kann ich euch nicht nur erzählen, was ich haben möchte, sondern muss euch eben auf sowas eben auch darauf vorbereiten. Nicht, damit ich hinterher sagen kann, ja, wir haben ja drüber gesprochen, kann fallen. Da stehen manche immer da und sagen, ja, der Martin, der sagt, das kann steigen, das kann fallen, das kann seitwärts, davon kann ich mir nichts kaufen. Doch kann man schon, weil man es nämlich abgrenzen kann und eben darauf achten kann und dann für sich selber eben sehen kann, okay, der Markt springt jetzt in das eine Szenario, ich sollte vielleicht doch die eine oder andere Positionierung überdenken oder anpassen. Das ist der Hintergrund, warum wir eben darüber sprechen, was macht der Markt, wenn er da unten das umklackert, was macht er, wenn er es nicht macht. Und wenn er es nicht macht, wenn er es nicht unten unterklackert, gehe ich davon aus, dass wir hier die Erholung fortsetzen und er eben jetzt zum Montag probiert, die 2,6 zu überwinden. Wie gesagt, das kann auch nochmal so zäh werden, wie das schon am Freitag war. Erwarte jetzt hier nicht, dass der hier eine Rakete nach oben macht. Ne, 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 ich glaube schon, dass er hier tendenziell sich noch ein bisschen weiter erholen könnte. Der 300 habe ich noch ein bisschen im Fokus. Erinnert euch mal an letzte Woche Donnerstag, da hatten wir schon mal über die Bedeutung der 300 gesprochen. Die hat schon eine gewisse Tragfähigkeit, auch den Markt nach unten zu fetzen. Also, wenn ich mir unten genau eine 1880, 1860 angucke, gucke ich mir oben ganz genau die 18300, 18335 an und könnte mir deswegen auch vorstellen, dass er zum Montag angespielt wird. Ja, ist einfach ein wichtiger Bereich. Aber wenn er den meistert, wenn er das gut steht und er kommt drüber, hat er die Chance auch in 420 und mehr. Genauso wie unten mit der 1880, wenn er die wirklich rausgenommen kriegt und da eben nicht direkt umdreht, der hat auch die Chance, schön rauszufallen. Aber ich will das erst von ihm sehen. Das sind sogenannte wenn-dann-Bedingungen. Ja, und so bauen wir ja unsere Analyse immer wieder auf. Ja, wir stellen verschiedene Szenarien auf, die sich auf charttechnischer Ebene ableiten lassen. Und dann gucken wir, was nimmt der Markt an und dann handeln wir das. Scheißegal, ob aufwärts, abwärts. Soll uns egal sein. Hauptsache, wir kriegen eben unsere Punkte rein. Ja, nur um das eben nochmal zu betonen, weil es immer wieder Leute gibt, die das nicht verstehen, wie wir arbeiten. Und dann der Meinung sind, sie müssen uns da irgendwie anpöbeln oder so. Und das ist halt einfach, ja, bringt euch nichts und uns auch nichts. Also, ja, da nochmal die kleinen Aussprache. Ansonsten kann ich hier nichts mehr dazu sagen. Seminarplätze sind jetzt voll belegt. Ich habe auch meinen Laptop, naja, man kann nicht sagen, repariert bekommen. Er hat immer noch einen Wasserschaden, aber ich habe zumindest meine Daten eigenständig gerettet bekommen, sodass das alles gesichert und ordentlich ist. Habt jetzt erstmal hier ein Ersatzgerät. Deswegen habt ihr auch so eine komische Auflösung wahrscheinlich hier oder ein komisches Bildformat. Das kriege ich aber die nächsten Tage auch noch hin. Muss jetzt aber erstmal ein bisschen mich ums Seminar kümmern. Kann also sein, dass ihr jetzt die Woche erstmal damit vorlieb nehmen müsst. Das dann, dass ich, macht das dann vielleicht erst nach dem Seminar die Woche. Und ja, das heißt, Seminar jetzt nur noch Warteliste, dann halt, also während noch sich dann für Seminar entscheidet zu kommen, den kann ich nur auf einer Warteliste setzen. Und dann müsste derjenige hoffen, dass noch jemand abspringt. Könnt euch trotzdem melden. Hin und wieder passiert das tatsächlich. Manchmal allerdings auch eben erst am Tag des Seminars selbst und dann bringt das natürlich auch nichts mehr. Aber falls da noch jemand Interesse hat, gerne melden. Hab immer gerne noch welche auf der Warteliste stehen. Für den Fall springt wirklich jemand ab, dann muss man sich nicht streiten über Stornokosten oder sowas und sowas. Kann man einfach sagen, gut, nimmt der Nächste und dann ist das immer ganz gut. Ja, ansonsten, was gibt's noch? Ansonsten gibt's nix noch. Von daher, schönen Montag, viel Erfolg, macht was draus. Tschüss!